sind wir auch schon wieder zurück und siehe da die anlage ist nicht fertig nein ich habe mir was zu trinken geholt und schon geht es weiter ja unglaublich das ist immer noch mein spruch wie ging er noch mal rum ich mag den spruch hat halt auch so eine schöne länge um qualität zu haben ja hallo die habe ich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen sowas wirkliches nest es ist wirklich klein süß wenig grüne dabei gehe ich doch mal kurz bei uns in nation 42 forum da habe ich doch selber was gepostet oder es klappt nicht mal gucken schauen einfach mal das machen wir jetzt live aber ich speichere davor kaputt macht in farbe und 60 frames hat man gerade war geil das wollte ich nicht das wollte ich haben okay der befehl ist scheiße weil die gebäude nicht wegspawn und nicht all units da steht noch ganz schön viel nachdem du das genutzt hast die sind gerade alle wieder gespawnt dann sind die aber schnell gespawnt ja guck willst du mal sehen aber zack sind weg und wupp kommen sie wieder stimmt die gebäude nicht weg sind okay kennt jemand zufällig den befehl für die gebäude enemy kill all buildings ich lass mal all units weg mach doch all ja mein ich ja nö kill all structures wir alle mitspieler umfallen nee es ist ja da steht der enemy du bist ja kein enemy es wäre also nicht passiert naja gut soll uns jetzt erstmal egal sein live test für konsolen befehle hat gut funktioniert also lieber tobi die habe ich ja im forum darauf geantwortet wie du siehst funktioniert nicht so wie ich es gedacht habe dann noch eine andere antwort ja das problem an der ist wenn sachen überleben greifen die mich an und dann kann es passieren dass die meine base zu fressen kill all units und dann schnell die gebäude zerfetzen das wäre sogar eine möglichkeit ja ja ich glaube das mache ich auch gleich ich muss nur kurz hier was umstellen und zwar will ich ja hier koks haben also ihr seht ich stelle jetzt den bahnhof hier eben um so passt und hier habe ich gesagt koks apropos dazu gerade ein beim ltn müsste jetzt bei bahnhofskopieren noch etwas vorsichtiger sein denn mit dem neuen ltn kannst du bahnhöfe gleich benennen und das hat den vorteil das hat den vorteil dass du bahnhöfe gleich benennen kannst wow die sich dann theoretisch auch die einstellungen teilen die einstellungen teilen das heißt wir können jetzt am lagersystem nein das so meine ich dass ich wenn du jetzt zum beispiel der schmelze hast du hast nebeneinander für ein der anlöfer bahnhöfe und bei allen stellst du ein fünf züge dann nimmt der die fünf züge für alle vier bahnhöfe wenn sie alle gleich heißen also den teilen die dann auf genau und deswegen setzt er auch dieses temporäre wo wir es mal mit so war glaube ich drüber hatten weil er jetzt immer vor den bahnhof 12 mm davor diese temporäre haltestelle setzt die setzt er damit der auch in den richtigen bahnhof fährt wenn es mehrere bahnhöfe mit dem gleichen namen gibt oh stimmt jetzt auch okay diese filter einstellung für die bergwerke das was sie bekommen haben wir das noch drin oder nicht ja ja das ist auch da wo du das neue ltm hast dafür filter setzen heißt es genau so ich mach mal promi trick nico die trick jetzt ja auch geklickt hier ist die atombomben wir haben noch 24 die sollten reichen ich tausche man außen schmeißen die pistole hier rein so ein bisschen bum 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 oh Gott wir haben jetzt auf zwei unterschiedliche lieder gedacht so machen wir erstmal erstmal so gut dass ich es getestet habe natürlich so dann jagen wir mal hier eine rein und dann werden die gleich alle ganz wild macht so wuschig einmal das spuckte ich konnte ausweichen ganz geschickt ja du bist so geschickt begeistert ja ich auch glaube ich das jetzt nicht so nicht wundern für die jenigen die jetzt gerade neu dazugeschalten sind nein wir sind keine cheater wir wollen nur keine aliens also wir spielen eigentlich ohne aliens also die sind auch weiß das spiel weiß es nicht genau also wir haben den peaceful modus nachträglich eingetragen und haben mit der konsole alle rausgehauen bloß ich finde gerade den konsolenbefehl nicht um die gebäude mit raus zu schmeißen deswegen mache ich sie zahlt von hand mit der atombombe ganz schön große nester hier oh ja die spucken aber weit du alles nest hört er gar nicht auf alter schwede als weiter wird das recht und auf da unten kommen die nächsten eine geliebte seltene erde und wie viel alter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vorkommen das ist echt ein batzen brauner was braune brauner mein braune batzen was übrigens auch wieder in das hauspark an spielung ist ah ok war das jetzt ein facepalm ja ok wieso einfach so das stimmt doch weil ich die englische variante davon besser fand da gibt es so eine folge wo wo sie so ein festival haben oder so eine richtung und koch der koch stellt sich auch mit mit dem stand hin verkauft da süßigkeiten die er selber gemacht hat und er nennt sie im englischen heißen sie chocolate salty balls also quasi kleine runde kuckkügelchen die so leicht salzig schmecken und er ist ja ein habiger mitbürger und er singt dann auch ein lied natürlich mal wieder und er singt ich hab mich so weggeschmissen und im deutschen wenn wenn die kinder mit ihm sprechen nennt er sie halt die seine braunen batzen deswegen meine ich im englischen klinkt besser achten ok ok so oft wird irgendwas eingedeutscht 1 2 3 4 5 6 alles klar ach wieso mach ich nicht mal die konsole auf hier verdammt ich kann zumindest mal bis 6 zählen gut gell ich bin voll gut ey ich bin auch voll stolz auf mich es sind eigentlich mehr zahlen als ein programmierer braucht jetzt korrekt 0 1 1 0 ja ja das ist vollkommen richtig korrekt korrekt er reizt fräste da vorne nächste halte stelle bannhofstraße und hoffstraße fräste da vorne oh god er reizt hilfe ich merke schon ich hab den richtigen trigger gespielt weißt doch gerät der neue film von jacques bubu in den hauptrollen sabine lammer und richard vögler froh gar du arsch gerät oh man ich mag nie mehr deswegen schon du hast dir selber rausgesucht ich ich hab gereizt gar nicht gesagt oder ich meine mit uns zu spielen achso ja das 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 selbst gemachte feind ja quasi eigengeiselung eigengeiselung er hat ein flaggeland oh ich hab eins zu wenig kopiert hm ein flaggeland jemand der sich selbst geiselt einfach mal die geschichte der pest durchgucken ich bin auf flaggeland gestoßen und heute lernen sie bei kodi flaggeland hey das geschichtlich wertvoll ja ja das war jetzt auch nicht negativ gemeint man kennt ja die pestdoktoren mit ihren tollen masken ja so sieht kodi auch aus man so hin und wieder ja und dann gab es halt auch menschen die versucht haben weil es war ja eine sehr ich sag mal ich sag mal religiös behaftete zeit wo die leicht ja auch durchging und einige leute haben das halt als als strafe von gott angesehen und haben sich dann halt durch selbstbestrafung versucht gott näher zu bringen und das waren dann flaggelanden die sind durch die straßen gelaufen zu dutzenden und haben sich selbst mit peitschen wo teilweise auch noch ich sag mal reißnägel oder so mit tragen waren ausgepeitscht und sind von stadt zu stadt gegangen und das hat natürlich super geholfen die pesten nicht weiter zu verbreiten warum muss ich da jetzt und frostbank denken kannst dabei auch an wo einmal 40.000 denken da gibt es auch flaggelanden frostbank weiß ich ehrlich gesagt nicht wenn du davon denkst äh das game frostbank ja da gibt es sowas ähnliches wenn du quasi den religiösen pfad wählst und dann zu weit rutscht quasi mit den bestimmungen dann hast du auch irgendwann mal welche die selbst peitschen echt ich hab den anderen weg genommen ich war der bei mir wurden die leute eher ausgepeitscht hast du eigentlich alle szenarien gespielt ne ich habe es mir immer vorgenommen ich kam leider nicht mehr dazu also ich habe ja nur ein let's play gemacht über das erste szenario und da gab es damals ja schon glaube ich drei stück und als ich fertig war kam dann ein viertes raus oder so mittlerweile gibt es noch mehr ja ich finde das auch unverschämt mit den patches die sie jetzt nachgeschoben haben also ich habe mir bisher noch keins gekauft weil ich mir so denke weißt du quasi ein halbes spiel raus gehauen und dann also es so fühlt sich zumindest für mich an so das halbe spiel als ganzes spiel verkauften jetzt so nachgeschoben ach ja wir haben da ja noch was hä aber die also also die dinger die ich meine die vier fünf stück die sind alle im spiel dabei gewesen also da kann man draußen fertig die meine ich auch nicht ich meine jetzt das was wir quasi nachgebracht haben so wie heißt das szenario der letzte der letzte herbst oder so und so ein blödsinn ja gut aber ist doch jetzt nicht verkehrt dass ein spielentwickler sagen darf wir bringen jetzt neue dlcs raus also das macht doch jeder es ist das spiel ist ja jetzt nicht unfertig also also fand ich zumindest also ich fand's fertig ich fand's okay also für mich wäre jetzt ein spiel unfertig wenn irgendwie dran stehen würde wird dem ja coming soon deswegen kann es noch nicht gebaut werden etc bla bla aber dem ist ja nicht so weiß ja nicht was der promi da hat der promi hat seine eigene eigene kleine welt die promi welt der promi hat eine schöne kiste eine kein kiste ne der hat eine kiste wo kompilatoren drin sind da kann ich meine dazu schmeißen ach so ach und schon wieder habe ich vergessen hier eine ladestation zu setzen ahhh was machen wir wir machen so und so der entsorgt seinen müll bei mir oh ok dann resetten wir nochmal alle drohnen ist auch ok sind halt auch echt wenig mit 180 so wie schaut's aus ach guck mal da kommt der erste koks zu wunderbar dann was haben wir hier eingestellt hier passt alles dann müssen wir jetzt aufpassen machen wir hier ab und schreiben hier rein ähm Bordryoxid ab und dadurch dass wir diese Anlage dann fertig haben ähm müssen wir uns ich glaube das ist schon eingestellt oder das ist doch der Bahnhof ja genau Bordryoxid ab hier ist auch schon eingestellt das heißt für die Forschung ein weiterer Schritt dann fehlt guck mal sogar glasis hier unten schon dann fühlt ihn noch das hier das ist natürlich leider das bekannte Gummi Gubi Gubi Gummi âm selecting so helfen wir hier unten da fehlt die Hälfte ach guck mal ganz film hier có 43 ach guck mal hier fehlt tatsächlich vier so schön ich habe ja hier hinten gummi reingeschmissen oder wo ist es denn das sollte mittlerweile verarbeitet sein zumindest das fließband hier voll für das zeug für das zeug auch aber leider das verstehe ich das nicht hey btf wo ist das ganze gummi hin ich habe 3000 reihen und kein einziger belader ist fertig das kann jetzt aber nicht sein ich habe eben beladen ach so toll ich mache mir die mühe und und erwartet und glaubt mir alle ich hole schon mal neues gummi ach misst nur 1400 hatten wir nicht mal wirklich so ein arsch voll kam den arsch voll kamingas verblase ich wieso kannst du eigentlich umstellen ja wir müssen nicht mehr zu asche machen oder was auch immer du da draus machen ja ich mache ich mache asche draus wobei du kannst doch anfordern und eine höhere priorität setzen genau ja stimmt ich kann auch auf prio sitzen ja einfach die die gute prio 42 rein dann sollte das funktionieren schön warst du daraus genau ach stimmt ich habe ja ganz vergessen die anlage da oben bei dir jo 42 ja natürlich das ist die beste prio überhaupt die habe ich bei strom und so überall gesetzt ja die ist awesome das ist auch einer der schönen vorteile beim ltn wenn man da was verändern will wer hat jetzt den stromastierer gesetzt ich finde es interessant okay passt die passer gerade auch die liebe mal das wasser aus den ohren abweh 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 hochs größer 20 wo habe ich es eingestellt da habe ich es eingestellt aber die ganzen biller sind falsch rum so und irgendwie hat er hier auch alle biller da falsch rum also okay der shift er hat wohl die belader nicht gedreht alles klar kein problem ist in ordnung so was lagern wir hier ein maximale 20.000 ok damit kann ich leben auch hier sind alle falsch rum krumm sind alle nicht gerade ach so warte mal das ist die alte einstellung mit dem ähm ja ok aber kleiner so das hier passt ist zwar 1 zu weit aber das ist jetzt erstmal egal so haben die haben die denn noch genug fließbänder die haben sie wieder nicht der schüttel 1000 verbraten meine fresse sind die die sind so gierig toll was nehme ich tunnel ich wollte auch keine tun so ist ja wie der hässer sagt ja 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 so man könnte sich natürlich noch überlegen ob wir hier irgendwelche schaltungen reinbringen dass man sagt okay die bohrsäure soll erst in die linke anlage bevor sie zum bahnhof geht aber ich glaube das können wir dann machen wenn es irgendwann mal brenzlig wird und das ltn zu wenig bohrsäure hat und aktuell gibt es keinen der das abholt und von dem her spielt es momentan keine rolle da kommt natürlich das dahin so die anlage ist bereit und ready bereit und ready bereit und ready bereit und ready richtig schenke ich mir erstmal was schönes zu trinken ein hier während das ganze hier rumtrödelt hopp mach den hopp 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 da fehlt noch eins und da fehlt noch eins jawoll ich erwarte jetzt nicht den mega output dafür ist die anlage noch zu klein was ich mir noch überlegen werde ist vielleicht die anlage dann einfach einen nochmal drüber zu kopieren weil dadurch dass sie nur ein koks braucht liegt definitiv genug auf dem fließband da ist der kodi weg tschüss kodi rechnung nicht bezahlt genau so da kommt der output der ist gigantisch bestimmt der pizza bote da ja die technik hat es nicht micro ausgeschalten sondern ganz im pc da hat sich mein teamspeak verabschiedet ah das ist die verabschiedet so das sind sie sehr langsam was was würden denn die mk2 kosten das ist aus neugier beton es fehlt nur beton ok und es fehlt nur beton und natürlich ich kann ja mal das da drauf setzen ich meine das geht natürlich deutlich schneller hier wie man sieht klar doppelte geschwindigkeit module könnten wir auch noch zwei rein klatschen dann würde es richtig gut abgehen oh guck mal hier sind die belader auch schon wieder falsch rum überall sind sie falsch rum ah da war sie richtig rum toll verarsch mich halt jetzt falsch rum gedreht mhm dann holen wir nochmal ein bisschen beton haben wir ja hier unten eine kleine schnuckelige betonfabrik dann basteln wir uns einfach ein paar hochdrücköfen das ist auch kein problem darf natürlich nicht so viel im inventar bauen weil wir wollen ja die die wir jetzt gleich wieder abreißen quasi umwandeln deswegen ich könnte zehn stück bauen aber dann würde er hochdrucköfen nach das finde ich nicht sehen wir mal so das ist ein bisschen umständlicher aber das ist ein bisschen umständlicher aber und wir können so ganz einfach machen gucken ob das geht wenn ich jetzt hier einfach drüber gehen nein geht nicht okay schade müsst einstellen wahrscheinlich im gebäude habe ich jetzt aber keine lust zu was fehlt hier noch tinplatten wollen die auch noch meine güte ist halt ihr aber wählerisch da kriegt halt noch tinplatten gut wenn ihr meint so 1,2,3,4 und wieder fehlt was oh stahl jetzt haben wir gleich alle ressourcen durch dann geht es wahrscheinlich mit beton gleich wieder weiter schulder leider platten das frisst ganz schön viel leider platten das upgrade und obwohl wir die anlage hier oben mit glas versorgt haben ist nichts nachgekommen und das war es mit leider platten jetzt okay das klingt nicht gut aber das klingt immer noch am glas okay die 1000 hat aber nicht sehr viel output rausgegeben hmm wahrscheinlich wurden von denen hier zu viel gemacht wie viel hat es da 1000 gerade mal geht eigentlich okay genau da werde ich wahrscheinlich dann gleich mal ein etwas größeres wahrenhaus setzen um da glas herstellen zu lassen äh um da glas rein zu schmeißen Duralumin brauche ich dich noch ein bisschen ui langsam gehen hier die materialien aus hässlich 1,2,3,4 gut 1,2,3,4 gut für die anlage reicht es das ist gut so aber trotzdem sieht man der output ist sehr sehr wenig und ich befürchte dir an die schaltung da unten funktioniert funktioniert die oder funktioniert die nicht das witzige ist nämlich wenn ihr mit dem hier arbeitet mit alles müsst es zwar nicht mehr einstellen aber es hat den großen nachteil wenn gar nichts im wahrenhaus ist funktioniert es nicht also das lässt sich natürlich jetzt lösen indem ihr jetzt einfach einen kombinator hinstellt und sagt bortrioxid 1 dann habt ihr da immer ein signal drauf und dann sollte es eigentlich auch funktionieren so bortrioxid ne nicht staub da ist ja nicht staub ist der staub ne das ist doch nur bortrioxid ok staub gibt es auch noch oh Gott da ist es 1 so das ins wahrenhaus jetzt seht ihr jetzt schalten alle durch wie gesagt klar die schaltung sollte eigentlich vor den beladen aber da waren ja die ursprünglichen belader dran die zwei felder lang sind deswegen dauert es jetzt kurz ein bisschen bis die fließbinder voll sind dann staut sich im haus und sobald da 20 drin sind beziehungsweise jetzt nur noch 19 dann geht es ab dann geht es weiter können wir ja hier sehen passt ganz schön viel in die belader rein wie man sieht die fressen ganz gut die belader jetzt staubt sich endlich so und sobald wir hier zack da war grad irgendwo wohnen 19 so langsam es ist dauert kurz bis das wirklich an der stelle voll ist bis alles gleich voll ist auf den fließband so jetzt jetzt haben wir wie ihr seht die schöne gleichmäßige entladung so wie sie so wie sie das gehört einfach wunderschön ok parallel sehen wir ähm das titanpulver ist mal wieder alle ähm ich suche sie jetzt mal ich hätte es mir auf der karte mal markieren sollen oh nachtfalter ah ich hab's tja lieber coli das ist das letzte mal dann gibt es kein titan mehr ja dann du frisst echt viel titanblatt muss ich sagen ja boh muss ja auch produziert werden ne ja gut aber das liegt halt am gleichen kein erz hm ja warte ich von dort mit glas dann machen wir das gleich mal eben ich hätte hier zwar titanerz über 366.000 besser wie null oder ja 6,4 mille habe ich hier auch noch komm mal 1 und 6,1 mille nochmal 5 ok ich bin mal wieder erzmann so dann holen wir uns mal eine richtig fette fette ladung glas glas öfter wo unterwegs hin zur forschung gläser schon wieder forschungsgläser also irgendwie die priorität bei glas funktioniert nicht ist priorität 1 auch einfach scheiße ist das eine 1 ja doch das müsste eine 1 sein hm schicken wir den zug manuell dahinten die forschung brauchst du nämlich jetzt grad nicht das wäre leiterplatten 1 glas an bitte leermachen und gebe ihm danke ja einmal volles inventar glas sehr schön ich denke da wird die anlage hier hoffentlich mal ein bisschen mehr davon produzieren hm ich will nicht alles da reinschmeißen ich will auch ein paar sachen hier reinschmeißen dass das auf dem fließband hier durch geht so ok geht jetzt ein teil nämlich hier raus oh schon wieder erst lager borax ernsthaft ach ne den habe ich nur vergessen zu löschen ok was war es noch ok den löschen wir mal und dann den glaszug den habe ich gerade weggeschickt also kann man den auch löschen ok das altern ist ein bisschen langsam aber wir wissen ja wir haben 60 sekunden eingestellt deswegen dauert es halt bis zu einer minute bis ein zug zu lange erkannt wird dass der da rumspinnt so wie gesagt bortrioxid ist jetzt ein bisschen hier hm ja aber ein bisschen lahm ich denke an der bursäure wird es nicht liegen wie man sieht kommt es gut nach hier also also müssen wir die anlage nochmal verdoppeln das blöde ist nur wenn wir sie verdoppeln so viel leider platten haben wir nicht mehr um die lmk2 herzustellen also ach bauen wir halt doch wieder mk1 also ja schön ich kopiere setzen wir einfach mal da hin setzen wir das mal hier hin oh ernsthaft glauben wir doch nicht alle ich sag ja das ist jetzt geht langsam alles aus gut und dann für monat was was fehlt euch was fehlt euch denn kupfer ja ich bin kupferkabel alles klar kein problem hat auch mal ein batzen kupferkabel haben wir dampf im netz dampf ne ich glaub nicht dann muss ich mir unten selber dampf machen für das zinn wir hatten mal dampf im netz aber das ist mittlerweile weg äh kupferkabel genau was können wir hier klauen was können wir hier klauen 30.000 oh schön perfekt ausgesaugt ausgesaugt ist so bitteschön ähm eisenstangen sind auch fast leer dann können wir da ja auch gleich welche holen bist du erzschlagge mäßig voll oder haben wir so wenig Züge ich hoffe nicht ich kann mir fast nicht vorstellen dass ich voll bin war nur fast also warte mal warte mal ich guck mal kurz also hier kommen grad zwei Züge nur hier kommen drei Züge und die Tanks sind okay eine Reihe ist aus irgendeinem Grund voll muss ich mal gucken warum aber da oh hier warte mal hä warum was geht da rüber warum arbeitet der nicht was Säuregas ist voll lol Säuregas ist voll okay ähm warum ist Säuregas voll ist Säure ist etwas Säure boah die Schwedelsäure ist voll ich glaub's ja nicht dass ich das mal erleben darf so was ganz toft ja Schwedelsäure ich bin ich also dein Lager muss theoretisch komplett voll sein und ich bin auch voll also ich hab noch Puffer um hier Erdschlacke anzunehmen relativ viel warum es bei dir nicht abgeholt wird kann ich dir nicht sagen weil also ich hab hier noch äh äh minus 99.000 und beim zweiten Bahnhof minus 570.000 also wie sieht's denn im Manager mit Zügen aus? der Manager sagt im Depot sind von 99 Zügen also 99 grüne habe ich noch bei mir wird nichts mehr geholt weil es Hydrogenchlorid voll ist keine Ahnung was du gesagt hast sieht man da auch ob da Flüssigkeitszüge dabei sind na da ist jetzt nur ne grüne Lampe die die an die alte Anzeige ähm die fehlt mir gerade das weiß ich nicht keine Ahnung ja doch hier sind noch welche ein paar ein paar ja ok wo wird's denn nicht abgeholt hier wird's nicht abgeholt mhm ja beim Glas halt deswegen steht die Glasproduktion aktuell wieder ach beim Glas du erzeugst beim Glas ja für den achso für den puren Sand ja warum werden die nicht abgeholt ist doch 75.000 hm vielleicht mal die Priorität da einstellen weil's wichtiger ist ja ich versteh's nicht also eigentlich ist also Platz wie gesagt ist genug da könntest mal beim LTN vielleicht mal die ähm Aktualisierungsteaks hochstellen ich hab's extra wegen der Performance auf 4 gestellt na gut dann stelle ich wieder auf 1 boah ernsthaft achso ne ok jetzt war grad parallel zum äh manager aber ich soll grad sagen also ich hab's bei mir auf 20 oder so stehen 20 oder 50 Bahnhöfe pro Tick und muss sagen da merke ich eigentlich nichts hä dann verstehe ich die Einstellung nicht die du immer meinst ja du hast ja zwei Einstellungen ja einmal wie oft pro Tick ähm ja alle wieviel Ticks er achso und unten noch wieviel Bahnhöfe pro Tick ja da ist ne 1 drin dann solltest halt die alle Ticks auf 1 und die unten dran dann auf 10 oder so dann macht er jeden Tick 10 Bahnhöfe ja das ist vielleicht besser ja jetzt kommt nämlich auch Züge zwei Stück schon ja nur leider kann ich jetzt nicht mehr spielen tut mir leid ne das war's ja gut da kannst du ein bisschen runter gehen das frisst zu viel Performance ich bin jetzt dauerhaft bei 22 und da müsste jetzt einige Züge mehr unterwegs sein ach ich wollte die Eisenstangen loswerden da doch was das jetzt stellt auf 2 also oben 1 unten 2 ja aber ich weiß nicht ob ich es lasse oder ob ich es auf 1 zurück stelle diese 23 Frames kommen mir zu häufig vor ach das ist doch nervig ich gebe mir langsam nicht auf den Keks oh das war's schon ok gut verplatten alles klar Siegel ich hätte doch noch ein paar mehr in Auftrag geben können ich dachte das reicht mhm ah wobei mal 5 füllen uns glaube ich noch 4 oder ja ok dass ich die Symbole hier nie immer sofort sehe ach ich muss es immer in der Tastatur eingeben da 1,2,3,4 ok das ist mir doch zu nervig Fließbänder noch dann haben wir es auch gleich müssen wir es nur noch unten anschließen das läuft das wieder ach Gott und Greifer fehlen gerade jede Menge sehe ich gerade ähm tja blaue Greifer haben wir da noch welche gut sehr gut Teiler haben wir auch noch ok ok Kleinteile würde er auch schon von Hand bauen das ist unschön so haben wir alles na da fehlt überall noch Greifer ok so jetzt fehlt nur noch hier ähm der Anschluss wieder da hätte ich gesagt dass wir hier einfach ähm das hier erstmal kopieren so dann können wir die Rohre einfach von unten durchreichen das müsste locker reichen ich weiß noch nicht von der äh von der Reichweite her ob das um ein Feld reicht es nicht und dann ist natürlich was im Weg das ist so klar das ist so klar so einmal ja das ist das ist wieder richtig typisch oh jetzt kommt da auch noch Wasser hä scheiße oh das war's ok jetzt bin ich noch mehr verwirrt Bohrsäure hallo? was? also so so schnell wie die Bohrsäure hergestellt ist so schnell ist sie auch wieder leer ok wir müssen Stiburan aufdrehen das reicht hinten und vorne nicht ach du scheiße ok dann wollten wir ja eh machen da würde ich sagen wir machen mal kurz hier einen kleinen Cut dann fahre ich runter und dann sehen wir uns gleich bei der Diburananlage und dann sehen wir uns gleich